Und damit einen ärztlichen Allo gegrüßt seid ihr auch und so weiter und hab da nicht so gesehen. Eigentlich sieht es so richtig geil aus, wenn ich mir das jetzt mal alle so ankicke. Das sieht ja noch stärker aus hier, ich bin der Super Mario, ich bin der Super Micha, steht ja auch da. Da ist ja das M, wenn man das sieht, denn M, ich bin Micha, also M ist viel Micha. So, und was geht das hier eigentlich heute? Ich wollte ein bisschen über Dschungelquatschen, weil es ist ja nun jetzt Finale und hab da nicht gesehen und tralala und so weiter. Ja, gibt ja viele Leute von euch, die ja auch hier in der Facebook-Gruppe sind, hier war, die viele Sachen schreiben und was weiß ich nicht alles. Ich hab auch mal so einige Sachen dazu geschrieben, kommt stellenweise auch super an. Und stellenweise sind aber auch Leute dabei, die halt nicht zu verstehen, die können meine Meinung betreffend jetzt den Daniel nicht nachvollziehen. Ich hab da halt geschrieben, weil für mich ist das ein falscher 50er und es ist auch einfach mal so und ich möchte das eigentlich auch jetzt nicht so weit ausholen. Ja, Dschungelcamp, jeden Tag muss für mich gewesen und morgen ist schon das Finale und jetzt ist der Daniel drin, der ist noch drin, der David ist drin, die Tina, die Jenny. Ja, das sind die vier Verbliebenen, die jetzt noch drin sind und gestern ist der Matthias rausgeflogen. Und ich hab total geheult, ich hab vor Freude geheult, dass da raus ist. Ja, ist einfach mal so, ich bin ja auch ein Mensch, der um Menschen Kenntnis hat und ich hab auch beim ersten Mal, wo ich den schon gesehen habe, den Matthias, ja, ja, mit einem Hintername, heißt Wiesig eigentlich, ja, ne, interessiert mich auch ja nicht. Weil, äh, der war damals auch schon beim ersten Mal, wiesig nicht, war das gleich der erste, zweite Tag, falscher 50er, wo er da die Jenny da so zu sau gemacht hat. Er hat, die haben da wieder eine Prüfung gemacht und das, äh, klappte von der Zeit her nicht und er schub die ganze Schuld der Jenny zu. Schon da war er dann halt bei mir durch, weil er, äh, genau die gleiche Schuld getragen hat. Der hätte es auch nimmer geschafft mit der Zeit. Aber wie gesagt, da war der Mensch bei mir schon durch. Äh, den Favoriten, den ich hatte bei, ähm, holt mich hier raus, ich bin der Star. Ne, ich bin der Star, holt mich hier raus, Dschungelcamp 2018. Äh, mein Favorit, der ist eigentlich schon vorher abgehauen, der ist selber ja. Und zwar ist das der Ansgar. Der Ansgar Brinkmann, Brinkmann, ne? Ehemaliger Fußballspieler und hatte ja auch schon zig Trainer und hat sich eigentlich da auch schon viele Sachen nicht sagen lassen. Zum einen war das positiv, zum anderen vielleicht auch so nicht so positiv. Aber, äh, nichtdestotrotz, Leute, ist es so gewesen, dass der halt sich von RTL nichts hat vorschreiben lassen. Ja, das hat er nicht gemacht und, äh, ich stehe voll und ganz hinter den Menschen, weil diese Regelverstöße, die sie gemacht haben, beziehungsweise diesen Regelverstoß, den er denn noch gemacht hat, fand ich eigentlich, äh, ja, ein bisschen zu überzogen von RTL, ja. Äh, und zwar ist der da halt aufgebracht, keine Ahnung, hatte halt mal sein Mikrofon vergessen, mal ranzumachen und dann war ein Regelverstoß und da wurde er halt den bestraft, er sollte da so ein Luxusartikel, sollte der dann halt, äh, weggeben. Vorher hatten die auch schon zig Regelverstöße bejagt, wo, äh, er dann halt ein oder zwei Luxusartikel, äh, wegbringen musste und wieder abgeben musste, so war das richtig abgemustert. Ja. Oh, Kerstin, bla bla bla, gefällt mein Kommentar zu Dschungelcamp, cool, ja, ich hab hier jetzt noch die Facebook-Seite auf und da kriege ich, hier gefällt mir Angaben zu sehen, die man sieht hier. Ja, und wie gesagt, ist das einfach mal so, der Ansgar, mein Favorit, ist raus und von daher ist es mir eigentlich los und piepe, wer da auch König oder Königin wird, ja, die Tina, die, die, die Ältere, die ja die Schwester von, Gott, wie, wie heißt denn die, ach Gott, Mary Rose, genau, Mary Rose, so die Schwester, war, ja, die will ja unbedingt auch aus dem Dschungelcamp raus und mich würde das auch nicht wundern, wenn die da Dschungelkönigin wird, aus dem Grund, weil die ganz lustig ist, alt ist hoch, ja, und hat wenig Schlaf. So, die Jenny, was ja die Schwester von der Katzengeier ist, macht auch einen ganz guten Eindruck, ja, und der David, ja, was der, der Bachelor war gewesen, ne, den kennt ihr ja auch, oder einige kennen den ja von euch, er war ja mal Bachelor, war, und, ja, und ist auch, ist vorbei auch mit seiner Braut, die er da hat kennengelernt und, ja, für mich ist das auch kein, ja, Kronenaspirant, genau wie der Daniel ja auch nicht inne ist, aber wie der Daniel ist für mich auch ein falscher 15er. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch mal so sagen, ja, und, äh, hab auch mal wieder ein Video gemacht, weil ich dachte, naja, es ist Freitag, machst du mal ein Video, und von daher reicht das eigentlich auch jetzt, ja. Wenn ich mir jetzt so so rankicke, kann mich ja auf den Bildschirm so kicken, so, wa, das sieht so richtig krass aus, hab richtig Blaupoy Project, alter, Project 94, man, total Project, hey, puh, puh, hier mal mit einem Zockerhandschuh, mit dem habe ich gespielt, eben gerade schon seit zwei, drei Stunden, bin total am Stream, ja, pum, alter, klingt mal, pum, tsch, oh, pum, ich bin der Dschungelkönig aus Australien. Grüße ihn ab an Sydney, Mann, Sydney, die Hauptstadt von Australien. T outdoorsy gibt, so, in diesem Sinne, Leute, habt ein schönes Wochenende und, ja, bis bald, dann mal wieder. Jo, läuft die! Blablabla 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 blablabla